Herzlich Willkommen beim Radio-Video-Magazin und einem neuen Review meinerseits und heute reden wir über die beste Holzachterbahn der Welt und warum die das eventuell auch nicht ist. Und um genauer zu sagen geht es um Sadra im Energylandia und das Energylandia selber wirbt damit, dass diese Achterbahn die beste Holzachterbahn, also die Nummer 1 Holzachterbahn der Welt ist und hat dann selber noch keinen Disclaimer mit auf dem Flyer, wo dann steht, dass es ein Hybridcoaster ist. Da reden wir ganz am Ende nochmal drüber, denn das hier wird nochmal richtig spannend und ja, viel Blabla, aber diese Achterbahn ist wirklich eine der besten Achterbahnen auf jeden Fall in Europa und alleine das ist ja schon ein Grund genug darüber zu sprechen und es ist ein AMC Hybridcoaster. AMC ist die Abkürzung für Rocky Mountain Constructions und das ist ein Achterbahnhersteller aus den USA, der bekannt dafür ist, sehr verrückte Holzachterbahnen oder Hybridachterbahnen zu bauen und Hybridachterbahn bedeutet eine Mischung aus Stahlachterbahnen und Holzachterbahnen. Zu dem Thema habe ich auch mein eigenes Video gemacht, findet ihr auch in der Infocard, wo ich da genau drauf eingehe, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen einer Holz- und Stahl- und einer Hybridachterbahn und welche Variationen es da geben kann. Ja und wie gesagt heißt diese Achterbahn Sadra steht im Energylandia und dieser Freizeitpark befindet sich in Polen, um genau zu sein, im Örtchen Sartre, unweit vom Flughafen Katowice oder von Warschau entfernt. Und AMC hat so drei Varianten an Achterbahnschienen, die die bauen und wir haben hier den sogenannten I-Box Track. I-Box Track ergibt sich auch schon ein bisschen daraus, wie diese Schiene geformt ist. Das Ganze könnt ihr euch auch vor Ort dann mal in Ruhe und ganz genau angucken, denn im Eingangsbereich von Sadra gibt es so eine Art kleine Ausstellung, wo diese Elemente gezeigt werden, vorgestellt werden. Man sieht die Schiene, man sieht den Belag, der oben auf die Schiene draufkommt und die Bolzen und all so Elemente und Bauteile, die verwendet werden, um so einen I-Box Track zu bauen. Und das hat man bei Sadra vorne ein bisschen ausgestellt. Ist ein bisschen versteckt, aber wenn ihr reinkommt, den Eingangsbereich rechts, da findet ihr das Ganze. Und ja, diese Art Achterbahn hat sich vor allem in Achterbahn-Fankreisen einen Namen damit gemacht, unfassbar krank und verrückt zu sein, total crazy Fahrfiguren zu haben und sich trotzdem dabei sehr gut zu fahren. Und ich habe da auch mal so ein ganz grobes Ranking gemacht und habe meine Top 8 AMC-Bahnen in einem Video zusammengepackt. Und Sadra, würde ich sagen, wäre jetzt auch eine der Bahnen, die da auf jeden Fall unter den Top 3 mit dabei wäre, fehlte da in diesem Video auf jeden Fall noch. Und üblicherweise baut man aus alten Holzachterbahnen diese AMC Hybrid Coaster bzw. I-Box Tracks. Und man nimmt halt eine sehr alte Achterbahn, eine sehr alte Holzachterbahn, sägt davon ein bisschen was ab und packt dann diese Schiene oben neu drauf. Am Ende bleibt nicht wirklich viel von so einer alten Anlage über. Und das Ganze bewegt sich auch in einem Preisrahmen für den, in dem man dann halt eigentlich auch eine komplett ganz neue Achterbahn bauen könnte. Und dann schon mal vorne weg, weil es gleich eh wieder in den Kommentaren steht, nein, Bandit ist jetzt nicht die Bahn, die man damit unbedingt ändern müsste. Und bei Sadra ist das Ganze anders gewesen. Sadra ist die erste Achterbahn, also der erste I-Box Track, der von Grund auf neu gebaut wurde. Und das ist jetzt nicht so überraschend. Das Energylandia hat erst 2014 eröffnet, Sadra 2019. Und innerhalb von fünf Jahren ist es jetzt nicht so wahrscheinlich, dass man eine Holzachterbahn in einem Park stehen hat, die so in die Jahre gekommen ist, dass es dann nötig und oder sinnvoll ist, daraus dann so einen Umbau, so einen Hybrid Coaster zu machen. Und es gab auch vorher gar keine Holzachterbahnen in Polen überhaupt und vor allem keine im Energylandia. Es gibt inzwischen auch eine reine Holzachterbahn in Polen, im Maya-Land. Auch dazu habe ich hier schon ein Video auf dem Kanal gemacht. Und wie gesagt, Sadra war die erste AMC-Kiste, der erste I-Box Track, der von Grund auf neu gebaut wurde. Und das Ganze hat 61,5 Millionen Slotty gekostet, was zum aktuellen Zeitpunkt stand jetzt 13,4 Millionen Euro sind, was auch immer noch nicht so viel ist für so eine große Achterbahn. Aber groß ist nicht nur die Achterbahn, sondern auch ein Schild, was an dieser Bahn hängt. Aber unterm Strich natürlich immer noch sehr viel Geld für so einen Splitter. Denn Splitter ist das Wort Sadra auf Polnisch. Es ist ein Splitter, ein Holzsplitter. Also in dem Fall ein Hybrid-Splitter. Und diese Bahn steht im Themenbereich Dragon Zone. Man könnte auch meinen, wenn man da durchläuft, in Hogsmeade aus der Wizarding World of Harry Potter bei Universal in Orlando zum Beispiel. Da waren wir auch noch vor kurzem. Und die Ähnlichkeiten sind frappierend. Da hat sich jemand auf jeden Fall stark inspirieren lassen, wenn nicht sogar das eine oder andere kopiert. Und es fängt dann an bei Merchandise und Farben und Kombinationen über diese komplette Straße, dieses Dorf und wie das da alles aussieht. Aber bevor man Sadra fahren kann, kommt die längste Warteschlange der Welt. Es ist unfassbar. Und es ist nicht die längste Schlange der Welt, weil man so lange anstehen muss, sondern weil man so lange und weit laufen muss. Und so ein Blödsinn habe ich selten gesehen. Es gibt ja diesen Eingang. Man geht da erstmal eine Treppe hoch, geht in die eine Richtung, geht in die eine Richtung, geht man eine Treppe runter, geht man eine Treppe hoch, die Treppe geht wieder runter, geht man wieder eine Treppe hoch. Dann läuft man über den Weg, dann geht man wieder eine Treppe runter. Dann läuft man noch einen langen Weg entlang, dann läuft man unter der Bahn entlang. Dann gibt es auch noch zwei Punkte, wo man Extended-Queue-mäßig das auch noch aufmachen könnte und noch weiterlaufen könnte. Und läuft einmal so eine halbe Bahn drumherum, bis man zur Station, also bis zu den Lockern vor der Station kommt. Und da ist auch wieder das Riesenproblem weit, also man läuft weit und man hat unglaublich breite Wege. Und die Polen lieben es, sich vorzudrängeln und können nicht normal anstehen. Und dann sind solche breiten Wege natürlich die absolute Hölle. Selbst in diesem Zeitraffer-Video, was ihr gerade hier seht, haben uns auch noch Leute überholt. Und die Leute, die vor uns gelaufen sind, waren ja schon super langsam. Da kam man also nicht dran vorbei, beziehungsweise geht man ja nicht dran vorbei. Aber Alter, was ist denn das? Und nee, also wirklich ganz, ganz schlimm bei so einer Bahn. Wir hatten bisher immer das Glück, dass wir eigentlich immer bis zu den Lockern auf jeden Fall durchlaufen konnten. Wir waren jetzt im Winter da, da war eh Walk-On und Sitzenbleiben. Und im Sommer waren wir da, da konnten wir immer ein bisschen locker durchlaufen. Ihr packt euren ganzen Kram in einen Locker, dann geht es nochmal eine Treppe nach oben und dann gibt es eine Aufteilung. Es gibt zwei Reihen für die normale, das ist für normale Anstehen, für die komplette Befüllung des Zuges. Es gibt eine Reihe für die Front-Row, wo dann immer zwei Leute durchkommen. Und es gibt eine Reihe für Single-Rider, wo auch bei jeder Fahrt gleich viele Leute reingelassen werden. Ich glaube, da sind es auch immer zwei. Es macht keinen Sinn. Die werden nicht zum Auffüllen genutzt, sondern es ist die Polen selber oder Energy Linear selber hat Single-Rider nicht verstanden. Das macht mich wahnsinnig da. Bei Aperion ist das noch schlimmer. Egal, dann geht es in die Station. Ist jetzt thematisch auch nicht groß erwähnenswert. Ist auch eine Achterbahn, die lebt einfach von ihrer eigenen Optik und wie es halt einfach aussieht, weil es halt so ein geiler Hybrid-Coaster ist mit viel Holzstruktur. Aber da kommen wir auch noch zu dem Thema. Insgesamt schafft es übrigens Saadra 1050 Personen pro Stunde wegzufahren mit insgesamt zwei Zügen. Die Züge haben Lappbars, also Schoßbügel, dann aber nochmal diese Schienenbeinklemme vorne dran und vorher müsst ihr euch noch einen Gurt anlegen. Und das ist auch gar nicht mal so verkehrt mit dem allen, was dabei ist, denn diese Bahn rupft euch wie viele andere Armstielkisten aus dem Sitz raus während der Fahrt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wild. Ja, und wenn man dann drinnen sitzt, beginnt die Fahrt, indem man aus der Station rausfährt in so einer leicht abfallenden Rechtskurve Richtung Lifthill. Und der Kettenlift bringt euch dann auf eine Höhe von 62,8 Meter, die dafür nötig sind, damit ihr mit einem Topspeed von 121 kmh durch die Bahn kommt. Mit durchgehend unfassbar hoher Geschwindigkeit im Sommer. Im Winter sieht das Ganze anders aus. Wir waren aber auch kurz vom Gefrierpunkt. Aber Sommer ballert das Ding wirklich mit Karacho dadurch. Das ist unfassbar. Das ganze 1316 Meter lange Layout kommt übrigens von Alan Schielke, der auch sehr viele andere Layouts vor allem auch für AMC-Bahn schon gemacht hat und glaube ich ziemlich gaga im Kopf ist, wie ihr jetzt in den folgenden Erklärungen zu dieser Bahn vielleicht mitbekommen werdet. Wenn ihr nur On-Ride sehen wollt oder einen Cinematic-Schnitt zwischen On- und Off-Ride hin und her, das Ganze gibt es hier auf dem Kanal natürlich auch schon zu sehen. Ja, und wir haben natürlich nach dem Lift den First Drop, der Point of No Return. Und es ist ein 90 Grad steiler Drop, der unfassbar hoch und gefühlt unendlich lang ist. Richtig, richtig geil. Und senkrecht geht es dann einfach Richtung Gebälk. Ihr droppt da runter und vor allem, wenn du vorne sitzt und auch wenn du hinten sitzt, du siehst erstmal nur ganz viel Holz gebälkt, ein paar Schienen dann drumherum und genau da taucht der Zug ein und der verschwindet erstmal. Unten geht es dann auch erstmal nicht, wie üblicherweise bei der Achterbahn, direkt wieder nach oben, sondern ihr bleibt unten. Es macht nur so einen leichten Rechtsknick mit so einem kleinen Hügelchen drin. Total krank, mega krank, auch nicht gebankt oder so. Fährt sich aber trotzdem super gut und da knallt ihr durch und dann geht es in einer sehr steilen, ja, links auffahrt wieder hoch. Also es ist auch super crazy. Und der Zug macht quasi den 180 Grad Turn oben angekommen. Droppt ihr auch so wibbelwubbelwabbel mäßig, wie es bei AMC-Bahnen ist, wieder runter, nehmt nochmal richtig Fahrt auf und dann geht es in das aller, aller, aller geilste Element dieser Bahn, in den Zero-G-Store. Bedeutet, ihr fahrt in dieses, also ihr fahrt rein, der Zug dreht sich auf den Kopf und fährt sehr lange kopfüber, bevor er wieder zurückdreht in die Normalposition. Und das Ganze ist halt mit 0G, also keine Erdanziehungskraft. Und auf diesem langen Stück macht ihr richtig Bock. Vor allem im Winter, wenn der Zug wirklich langsam unterwegs ist, ist das richtig, richtig geil. Und ihr schwebt da gefühlt Ewigkeiten lang. Und wir waren jetzt erst am letzten Wochenende in Atlanta beim Winter Kingdom und haben das Ding halt im Winter gemacht und sind im Winter gefahren. Das Video dazu könnt ihr übrigens jetzt kommenden Freitag sehen, außer das Video hier seht ihr erst später, dann ist das Video schon online. Ja, und danach geht es erst ein Stück wieder runter. Wir nehmen den Schwung und dann geht es eigentlich in eine riesige Linkskurve, so eine Overbank-Curve, die eigentlich viel zu sehr geneigt ist. Und man fährt auch in diese Neigung schon rein. Und mittendrin denkt man sich, ach komm, wir drehen die Schiene jetzt komplett so, dass, ja wie soll ich das erklären, wenn ihr eine Linkskurve sehr schnell fahrt, dann hängen eure Köpfe auch nach links. Dann wird die Schiene aber so gedreht, dass der Zug nach außen gedreht ist und eure Köpfe nach außen rechts rausragen, aber ihr trotzdem eine Linkskurve macht. Ist das zu verstehen? Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert. Und das macht es ja auch aus bei diesen AMC-Bahnen. Dann geht es in einer gefühlt langen, abfallenden S-Kurve wieder in die normale Richtung zurück, wo man ein paar Mal hin und her fährt, um in einen wirklich großen Airtime-Hügel reinzufahren. Über diesen Airtime-Hügel hinweg, der auch wirklich schön Floating-Airtime hat, also man etwas länger in der Luft ist und da nicht so rausgerupft wird, geht es wieder runter, sonst funktioniert das ja Ganze nicht. Und wieder hoch in eine Zero-G-Roll-Variante. Also ihr habt eine Zero-G-Roll, ein Korkenzieher ohne G-Kräfte, also ohne Erdangstziehungskraft mit 0G. Aber in einer Variante, ihr fahrt halt in das Gebälg rein mit dieser Zero-G-Roll und durch das Gebälg durchkommt ihr aus der Einfahrtsrichtung auch wieder raus, auf der anderen Seite quasi, um in einen Double-Down zu kommen. Also ihr habt so zwei... Ich spring euch alle um. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind, aber es gibt einen Double-Down. Das heißt, ihr habt so zweimal abfallenden Hügel nach unten. Ist bei AMC jetzt aber nicht so, dass das einfach nur gerade runtergehen würde, sondern auch da swingt man wieder so ein bisschen hin und her. Und unten, ganz bodennah, muss man auf die andere Seite quasi kommen, von dem ganzen Konstrukt. Und das macht man in einem unfassbar kranken Umschwung, wie es AMC so macht. Das geht in einer Rechtskurve und der Umschwung kommt oben an der Kuppe bei so einem kleinen Hügel. Geht direkt wieder links rum. Richtig, richtig krank, richtig crazy. Und dann kommt eine letzte Zero-G-Roll-Variante, die halt in einer kleinen Kurve endet, die uns dann in die Schlussbremse führt. Die Schlussbremse ist unfassbar brutal. Die ist einfach nur... Die kennt nur zwei Stellungen. Auf oder zu. Und die ist zu. Und dann steht der Zug. Aber instant. Und alles fällt nach vorne. Ist ein bisschen so, wie wenn du mit einem viel zu großen Flugzeug am Dortmunder Flughafen landest. Also wirklich Wahnsinnskiste. Voll Dampf die ganze Zeit. Ballert die Karre da mit einem Speed durch. Das ist unfassbar. Macht richtig, richtig Bock. Erste Reihe ist natürlich richtig geil wegen der Optik. Mitte ist, ja, ist halt Mitte. Und hinten ist natürlich richtig heftig. Und du hast... Wobei, jetzt im Winter war es vorne immer noch cool. Du merkst schon, dass es viel, viel langsamer ist. Und hinten war es richtig langsam unterwegs. Das war krass. Also da hat auch, glaube ich, nicht mehr viel gefehlt, bis der Hobel stehen bleibt. Eine wirklich extreme Achterbahn. Richtig heftig und intensiv. Aber trotzdem nicht irgendwie unangenehm oder brutal, sondern einfach nur wirklich krass und intensiv. Das ist wirklich, wirklich cool. Bei vielen von euch zu Recht eine der besten Achterbahnen in Europa. Auf jeden Fall. Da bin ich auch dabei. Unterschreibe ich auch. Beste Holzachterbahn der Welt. Das unterschreibe ich schon mal nicht. Vor allem ist das Ganze keine Holzachterbahn. Und selbst über den Begriff Hybridcoaster könnte man sich hier streiten. Selbst das ist so... Es ist halt eher eine Stahlachterbahn, wo das Holz mehr Deko ist und hier und da eine stützende Funktion übernimmt. Um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Aber der komplette Lift, der komplette First Drop und auch der komplette Zero-G-Store sind komplett aus Stahl. Dann ist überall im Gebäck super viel Stahl verbaut. Ihr habt teilweise bei dieser großen Kurve die Unitation drum herum geht. Da ist Stahl ohne Ende verbaut. Stahlstützen ohne Ende verbaut. Das ist wirklich viel. Und das Ding ist ja von Grund auf gebaut. Du hättest ja einfach den Platz gehabt, Holz zu verbreiten. So viel du willst, damit das alles hält. Ist hier halt nicht passiert. Geht teilweise. Wahrscheinlich statisch einfach nicht. Aber da ist nicht mehr so viel Holzachterbahn über. Trotzdem geiles Ding. Keine Frage. Und ich liebe diese Bahn einfach. Die ist wirklich, wirklich gut. Aber allein das ist halt so ein Ding. Das ist so eine gute Achterbahn. Da hat man es gar nicht nötig, dieses Marketing zu machen mit Nummer 1 Wooden Rollercoaster in the World. meiner Meinung nach. Weil die Bahn so gut ist und für sich steht. Aber der Flyer dazu, der aktuelle, also das ist der Winterparkplan von diesem Jahr. Und dieses Jahr ist das erste Winter-Event. Wie gesagt, freiträgt das Video dazu. Der ist noch spannender. Der wirft noch ein paar Fragen mehr auf. Und vor allem New in 2021. Finde ich sehr, sehr interessant. Denn die Bahn ist nicht von 2021. Die Bahn ist, wie eben schon mal erwähnt, von 2019. Wäre die Bahn von 2020, hätte ich ja noch gesagt, okay, das haben einige Parks gemacht, die ihre Neuheiten letztes Jahr vielleicht so Ende des Jahres oder so erst aufmachen haben. So die Neuheit aus dem Pandemie-Lockdown-Jahr 2020 in 2021 mit rüber genommen und gesagt, so das ist jetzt dieses Jahr die neue Bahn. Hm, vielleicht so. Ist hier aber nicht der Fall. Ist von 2019. Na. Kann man sich drüber streiten von mir aus noch? Vielleicht präsentiert man das irgendwie in einem anderen Gewand nochmal neu. Aber eine Sache, die verstehe ich gar nicht. Wie gesagt, ganz neu. Fotomontage-mäßig ist man im Park auch sehr spannend unterwegs. Da haben wir auch einen Ausschnitt zu Satra bzw. Hyperion oder andersrum. Man weiß es nicht. Den seht ihr Freitag dann in dem Winter-Vlog. Guckt euch das gerne mal an. Aber hier auf dem Flyer auch noch Speed. 121 kmh. Das stimmt. Bin ich komplett dabei. Fährt die Bahn. Und Höhe 63 bin ich auch erstmal dabei. Bis man weiterliest. kmh. Die Bahn ist also 63 kmh hoch. Das ist echt mieser, mieser Fehler. Böse, böse, böse. Und, ähm, naja. Kann passieren, klar. Aber es ist schon spannend, dass das dann auf so einem... Das passt jetzt halt gerade auch mit dem Video zusammen und mit diesen komischen Number One Wooden Rollercoaster und dann selber Hybridcoaster auch noch dazu schreiben. Ich weiß es nicht. Aber wie ihr seht, hier ist auch noch Abyssus drauf. Abyssus ist wirklich dieses Jahr eine Neuheit. Die sollte letztes Jahr aufmachen, aber erst dieses Jahr aufgemacht. Fünf Tage nach der Öffnung waren wir auch da. Und zu der Bahn gibt es auch schon Review hier auf dem Kanal. Sehr enttäuschende Bahn, obwohl es ein gigantischer Multi-Lounge-Coaster von Vekoma ist, mit sehr vielen Inversionen und so weiter und so fort. Das Review dazu könnt ihr euch gerne mal angucken. Ansonsten sehr spannender Park, sehr spannende Achterbahn meiner Meinung nach. Und ein Video zur kompletten Parkvorstellung zum Energy Lantern gibt es hier auf dem Kanal auch, wo wir einmal alle Attraktionen zeigen, alles erklären, was es da so gibt und was für Besonderheiten der Park so hat. Und natürlich ist jetzt auch eure Meinung gefragt zu Sartre. Eure Meinung gerne in die Kommentare zu Sartre. Und wenn ihr Fragen zu Sartre noch habt, schreibt diese gerne auch in die Kommentare. Ich bin da eigentlich immer unterwegs und beantworte die ganzen Sachen auch. Und ansonsten war es das jetzt von mir an dieser Stelle mit meinem Review zu Sartre im Energylandia. Ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Brofys. Das war ein Video-Magazin. Peace.